alli hallöchen und herzlich willkommen zurück zuletzt mit diesen ganzen zu risiken und nebenwirkungen lesen sie die bildseitung oder fragen sie ihre gerafe oder kartoffel ich heiße nicht nur tino sagen herzlich willkommen zurück zu beastfaktor in einer in einer neuen folge wo wir gerade nach der direkt nach der 150 folge von raffin weißt du du hättest auch warten können bis ich wieder mit dem aufnahmen anfangen aber ich lass ja direkt laufen und endlich was rausschneiden wissen woran ich garantiert nicht gedacht hätte ich bin da äußerst vergesslich ich sag immer was ja jetzt bereit schneiden schnell mach mal schneid ich noch was raus und dann denke ich immer nicht du lässt laufen so also wollen wir jetzt wieder in diese skype konfi reingehen moment ich muss jetzt mal als parat machen lad die mal lieber alle hier ein versuch mal die alle hier rein weil beim grünen hat das dann immer geleckt wenn der das gehostet hat weiß nicht ob das daran liegt kann das daran liegen geleckt wer hat das gehostet groß die glaube ich ja dann hallo der kommt aus wösterreich vergessen eben da brauchst sehr viel größere strecke als von saarland bis hierher naja so lange ist das doch logisch saarland hinterm und dabei wurde uns auch über eine folge bei mir auch noch mal erzählt ach ja ach ja soll man meine playlist anhalten das wäre schlau ich nicht ich weiß nicht was ich bauen soll ich erzähle weiter flachwitze kommen schon hier attacke zwei mateles crashen aufeinander wie nennt man das krieg der sterne bitte du was dagegen kannst du nichts tun außerdem heißt der alle nennen ach so habe ich dir schon erzählt dass den bitter alle nennen soll ich nenne ihn so wie ich will nein bitte alle das ist wichtig für mein ego natürlich ja das dem ich das erzählt habe und jetzt habe ich den ganzen anderen auch noch auf die nase gebunden das ist doch schön jetzt rennen die zwar alle mit so einem hässlichen ding im gesicht rum weil ich den da auf die nase gebunden habe weißt du du bist ja witzig los da ich bin auch gleich wieder beim aufnehmen aber ich muss ja doch die kann ich nicht drinnen ja mittendrin wie immer statt nur dabei statt nur so ein typisch will da ja auch nicht verstanden weil er den hat er nicht verstanden ach so mit dem mit der das eben soll kennst du hier das noch mittendrin statt nur dabei ich kenne nichts kennst du nicht jetzt mal im ernst oh mein grad wie peinlich ich habe gerade keine ahnung von was ihr redet aber ok nächster flachwitz power bei flachwitz flachwitz punkt net so fällt ab ich bin jetzt mal für eine stunde weg lass mich nicht allein eine furze das behindert alter warum dürfen elefanten kein fahrrad fahren weil sie kein däumchen zum klingeln haben du bist du bist bohden bild Woespel ha 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 � ha ha ist er noch da auf dem Server? Ja, ist er. Alter, ich bring ihn um. Ich bring ihm um. Warte. Da Rafi wieder. Jetzt ist er wirklich weg. Ja, jetzt habe ich ihn tatsächlich erst mal gebannt. Ach so. Äh, nein, nur gekickt natürlich von dem Server, weil ich ja der OP-Master bin. Ich kenne ihn auch. Ich könnte ihn jetzt natürlich wieder. Aber ein paar Flachwitze ist nicht das Schlechteste, was man hier erzählen kann. Wieso können Seeröber keinen Kreis fahren? Tja, jetzt kommt es. Weil sie Piraten. Ah, ha, ha. Ah, lustig. Das hat er gehört, Alter. Wie sie sich freuen. Ich hasse dich. Willst du dir jetzt alle mal rüber hier, oder was? So ich das wieder? Ja, warte. So ist das? Weil du es bester Internet hast. Weil du es bester Internet hast. Ach, ja. Jetzt ist schon wieder, ne? Aber, aber. Was hast du für eine Leitung? 200.000? Eine 50.000 Leitung hat er. Ach. 870 Millionen Tausend. Aber das ist er ja gut vernetzt im Saarland wahrscheinlich. Ja, hinter Mond ist halt ein gutes Netz. Ist halt näher, ist halt näher zu den Satelliten. Ne? Gibt's in einem Dorf an der Bahnhofstraße. Alle willst du eigentlich mal irgendwo anders hinziehen? So zum Studieren. Also was? Schlauze. Was? Was? Äh. Wie willst du euch einladen, den hier? Tino, wolltest du mich jetzt gerade dissen? Nein, ich meine das ernst. Ähm. Ja, durchaus. Echt? Wie peinlich. Nach Goldtag, oder? Wo? Hä? Hallo. Hallo. Willst du euch noch einladen? Hallo. Hallo. Warte, 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 warte. Super. Warte. Ja, ist drin. Und da fängt das Rauschen an. Oh Gott, nein. Wie nennt man einen Diener aus Bern? Oh, hallo. Werner. Werner Diener. Ah. 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 In der Wand. Nein. Okay. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zuletzt. Oh, 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 oh. Ja, das könntest du als Intro nehmen, Alter. Ja, wird einfach mal angefangen, weil die alle durcheinander lassen. Die Idee. Haltet mal kurz Maul, ich will das jetzt erklären, die Eskalation. Das ist die Idee. Max ging uns alle auf den Sack, dann hab ich den gefragt, ob wir... Ja. Und dann hab ich ihn getötet, ne, mit meiner Maschine. Ja, das verstehe ich. Viermal, viermal insgesamt. Du hast es doch verdient, du Arsch. Und dann hat niemanden einmal sofort gebannt, aber er wird... Ja, was gehst du mich denn? Ja, ey, du warst der Erste. Weil er mich nicht totkriegt, das ist es ja. Du warst der Erste. Nur weil du auf den Schwächeren gehst, du Bob. Nein, du warst der Erste. Batsch. Gar nicht. Batsch. 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 also ich habe ich gesehen habt ihr beide meinen grundstück abgefackelt von daher du bist auf der 2 nein was ist braun knusprig und bei der bundeswehr luftwaffeln zuerst sagen es war die nirgendwo aus der schlicht und aus dem das muss schon sein also die nacht luftwaffeln meine fressen dafür so duften machen waffeln waffeln ich mag waffeln ein name rr rr es war schon aber genial wie ich aus dem gefängnis ist gebrochen ja das muss ich zugeben war cool aber das macht trotzdem nicht gut hier aber ab im knast würde ich sagen ja so ungefähr für 20 Runden ja das wasch Perry gleich hinterher das wasch Perry gleich hinterher das wasch Perry der mich viermal gekillt heute ja das ist und du hast ja mal du hast es verdient das war als Gruppenbestrafung haltet mal euer maul ich will das jetzt erklären ja das war als bestraffung für alle gedacht du hast in letzter Zeit alle getötet du hast alles kaputt gemacht und da hab ich nichts gedacht ne übrigens kann ich das nur unterstützen ich wusste von diesem Plan ja ich war schon meine Hände ich wusste alle von dem Plan ich hab das allen gesagt ey was denn dass Ghostie getötet wird ja ja ich hör grad nicht zu Leute ich war grad mal kurz in meiner eigenen Welt ach was ist das Gegenteil von radioaktiv Tino bitte fernsehmüde oh mein Gott ha geil scheiße ja schon war richtig scheiße aber aber ich ich frage dann trotzdem noch dass sich Tio bei mir entschuldigt nö auch entschuldigen soll er sich ja ja jetzt soll er sich entschuldigen alter Tino 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 ich würde erstmal sagen dass Ghostie und Smash ins Gefängnis gehen so siehts aus eben ey das geschenk gegeben das war schon der Vorplan dann halt dafür auf jeden Fall müssen Tio und Ghostie in eine stadt beim nächsten Projekt Alter weh nein also das wäre zu geil die würden einfach nicht die würden nichts zuhören die würden nichts zuhören die würden nicht zuhören die würden nicht zuhören die würden nichts zuhören die würden nicht zuhören die Tio Tio also wir haben sie jetzt abgesprochen da der Phillip jetzt dafür ist ist er jetzt quasi geklärt also Beast Factor 2.0 gemacht du meinst den Tino ich war schon von einem Punkt rein dafür wie auch immer ja ja das könnte sich die älter schnallt die das raus und nimm es als intro ich habe qualität ich bin das ist das ist das ist das ist das ist das geld er hat kein intro da macht ihr doch eins mit dem ruf ist nach 2 das war nicht mal gelogen auch erhältlich ist der junge alle zwei was ist das blinken du bist auch scheiße und er hat immer wieder rüber alter wieso habe ich mir ein grundstück bis zu dir neben dir gesucht und jetzt bist du noch die mauer runterreißen oder was ja die mauer muss weg alter wachler muss weg klappe weiß dich mal Maul selber der ist schon wieder aggressiv bei dem mal was ich hab schon aggressiv zu sein und es sei ein besser und nur auf einen Grund aggressiv zu verbrauchten Grund doch und bis zu der übersteuert gar nicht gerade er ist der reich ja so wie er ich hab doch wirklich zwei Millimeter verfahren was hast du gesagt Smashberry was ich hab den nicht gehört lauter ja ich habe das nicht verstanden könntest du das bitte wiederholen ich hab das nicht verstanden bitte lauter das müsste nicht so ich hab gesagt was ich stinkt das ist aber toll alter dein gesicht ist gerade so groß wir schreiben mit allen synchronen in den Chat Max stimmt, schreib das alle rein und wenn ich auf null bin dann schreibt er das was hast du gesagt ich hab's 2, 2, 1 ach, was ach, ich stinkt du bist scheiße Max stinkts stinkts echt jetzt ja ich muss ja meinem, ich muss ja meinem Namen gerecht werden wir machen einen Vote Kick, los ach so, ok, danke das verletzt gar nicht meine Gefühle nein du scheiß emo ey, bitte die Emos haben auch Gefühle ja die sind nur emotional so, ich hoffe die Stimmung hat sich hier mal ein bisschen beruhigt nachdem jetzt hier der Österreicher wieder ein bisschen am ausrasten war jetzt ist es auf einmal ruhig, für die schönen ja 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 fuck you alter, du weißt gar nicht wie gern ich dich jetzt töten würde laufen wir wieder weg aber das Problem ist, du hast gesagt ja nicht dazu ich hab dich dich, ich hab nicht dich gemeint ich stimme zu, dass du jetzt ich stimme zu, dass du jetzt was was das kriegt dir nicht hin, das kriege im Moment nur ich hin das war, ich find, ich find, die Brücke von, äh, Smashberry ganz schön die find ich ganz gut die hab ich heute gemacht das ist schick was mit Check los, da war schon unlanglich morgern der hat seit mehr als einem Monat nichts mehr hochgeladen, gar nichts der hat halt da weg, 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 weg weg, 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 weg was ne, der hat angekündigt, glaubt, weg, 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 weg ich kann, gerade, auch so, stimmt kein bisschen auseinander was schwimmt im Wasser, ist gefährlich und aus Schokolade ich brauche ein schoko die soll ich erst ausrasten philip ich brauche jetzt ich muss wieder kommt hier auf kaffee umsteigen glaube ich ich muss ich muss sagen der kill hat sich gelohnt weil ich habe nämlich ein vorplatz welcher jetzt habe ich den link in den kopf von link bist scheiße was ist 8 minuten auf unfassbar eine mehr jungs auch schon an wie eine ewigkeit ja wollte ich auch sagen also jetzt ohne mist so jetzt kommen wir koppel der position soll ich jetzt diese internetzeitschrift da die immer solche geilen news ticker haben da werde ich verpistig durch tors verboten mir also sowas wie drauf geschissen man ist egal dass der klodeckel alle reden gerade durcheinander sehr schön du machst man kennt der mensch kapist du das nicht immer die notino attacke warte 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 also blocken könnte eine nachricht kommt gerade herein drauf geschissen man ist egal dass der klodeckel klemmt ich habe ich habe ich habe ein haus an was ich will ich sehen werkzeug hier nein ist das nicht was ich machen werde ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich noch die jungen möglich die noch so ich glaube da wird einer gerade aggressiv eben auch ich habe seine vorfahren die österreicher händler war junge die höhlen menschen die höhlen menschen die höhlen menschen wie heißt der block der da verschwinden mensch jetzt habe ich jetzt habe ich hatten den vertrieben ich habe ich habe ich habe einen portal außerhalb geschossen und wollte ihn auslösen wurde aber ja das habe ich schon mit dem portal gemacht wird auch wenn ja ich habe auch aber auch wenn er aufgenommen habe ich ihn jetzt mal getötet und ich schmerze er hat er hat sich abattet wird wo ist der altkommal er hat aber dass er sich betrifft diese angst ist unbegründet alle sind erheben es war schon er wie das schnappeltier was noch meine rüstung aber behalt sie erst mal zur Sicherheit wo ist eigentlich Perry? schießen wir mal Leute mit dem Bogen ab das ist nicht erlaubt Attacke das ist nicht erlaubt isst dich hör auf wenn du mich ins Portal da rammst dann töt' ich dich wenn ich das nächste Mal ins Portal oh Gott oh Gott ich geh nach Hause keine Angst da passiert dir nichts ja ich bin doch schon durch Smashcock Smashcock wie heißt jetzt dieser Block wie kann ich dich grafen ich werde angegriffen wir kommen nicht grafen hallo ich werde angegriffen hallo hallo Hilfe du Raffi ich arbeite noch dran kleinen Moment okay komm bitte her ich arbeite dran kleinen Moment so sorry Leute dass sie ja gerade so komische Sachen passieren ich hätte sehen jetzt gleich in die Wildnis aus ja bitte wo bist du ich schwöre das dir wie nennt man einen klugen Toilettenbesucher Toilettenbesucher der kluge ist klugscheißer oh Gott bitte hör auf der war richtig schlägt wo ist Max ich finde den nicht wir sollten uns jetzt lieber mal über das Neue wo ist Max eigentlich war er eben auf seinem Grundstück wir sollten uns jetzt hier lieber mal über das Neue YouTube Design unterhalten oder über andere Themen und nicht über ja ich finde es eigentlich recht gut aber ich finde es richtig gut vielleicht ist nur ein bisschen leer ja aber es ist seit mal zentriert und hätte alle wo angelaufen wesentlich besser gemacht was hat sie alle wo angelaufen hallo ich glaube ich hätte doch gar nicht mehr mit dem mit dem YouTube Design sind fünf Stern aufgewachsen oder ja doch ich kann das noch aber ja und was ich damit ja Junge das ist jetzt nicht dein Ernst oder ja ich bin im Dschungel ausgesetzt ach ja ja ich hab in der Dschungel geportet ok wo ist er er ist auf dem Dschungel geht nicht raus der ist ganz tief im Dschungel der kommt da nicht mehr raus wenn er keinen Wegpunkt hat ach Gott sei Dank ach du bist du bist es halt quasi Tatsan die Tatsan die Tatsan der Tatsan der Tatsan für Österreicher Tatsan der Herr der Mongos ja aber super es war schon ziemlich dumm mich dorthin zu porten wo man eine Aussicht hat zum ähm zum äh was ist das Gegenteil von Lobe und was Lobe Lobe oder Lobe Crystal Mess oder Anti Lobe hmmm aaaaah ich schwörs ich stell dich ich blüte dich gleich wen Dino ich bin so laut dass ich das hinkriegt trotzdem also also diese Folge wird ihm präsentiert von Flachwitz.net und Raffi.tv auch übrigens ich hab ich hab deine tiefe Seite gefunden Tino ne was hab ich deine Griefer Seite ich hab das Griefer Video angeschaut ja das war ein bisschen geschissen aber trotzdem muss ganz witzig den Server zum Abscheißen gebrochen haben wir neuen zum Wesen Tino Tino lächeln mal in die Kamera Höh sagt Paul Trash und ich bin Paul Trash und kriege er mal so nett hast du die Folge gestern auch gesehen ja die kann ich aber schon ich bin das ist die Domäne für das ist die Domäne für komm nimm ich nimm ich ihr seid so schwul ey ja entschuldigung ich so schwul wie du achso was willst du denn jetzt ey ey womit lande ich denn hier zu überlegen ja hat wir heißen die Blöcke hier Günder äh die Kasse ja nicht c� Pu hat das hab ich denn nach seinem statterst zure Bible der die 15 Trends macht Günther Günther versteht Jena 6 Das ist gar nicht durcheinander hier. Dr. Link, darf ich mal kurz in deine Hünder das Ding hier reinschießen? Warte nochmal bitte. Du darfst doch alles in mich reinschießen. Das hat ja Tino gesagt. Das sind nur zwei, ich wollte bloß mal probieren. Oh, Alter, was geht bei dir? Ich hab was getroffen, oder? Ich schieß dich um, Alter, ich schieß dich um. Perry, komm in deine Höhle, dann kann ich dich nämlich töten. Das sagt Raffi, ne? Okay, deine Gollum-Höhle. Gollum-Höhle. Das ist eine Hobbit-Höhle. Aber Gollum ist ein Hobbit. Wie heißt die Angst vor Klößen? Ah! Ja, der hat mich eben auch fast getötet, der greift mich gerade an. Klostrophorie. Aber wir werden außerhalb Smash. Hä? Wir können so sagen, Smash ist ein Arschloch, aber er hält sich halbwegs an die Regeln. Das ist der Vorteil. Raffi, wann bist du eigentlich mal mit deinem Portal bzw. GTA durch? Wat? Wann bist du mit deinem GTA durch? Wann bist du mit deinem GTA durch? Wann bist du mit deinem GTA durch? Äh, du weißt schon, dass ich alle Teile spiele, ne? Ja. Oh Gott! Ja, keine Ahnung, 2015 oder so. Oder so. Ey, was glaubst du? Ja, nein. Alle GTA-Teile sind auch voll schnell Geld für den. Aber wir hatten noch mal was besprochen und so. Ja, 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 da müssen wir uns noch mal unterhalten. Nein, 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 das kommt zwischendurch. Ja, ja, das kommt zwischendurch. Ja, eben. Das hab ich. Ja, ja. Sorry, wollte ich nicht treffen. Ja. Raffi weißt doch, meine Kinder, sie sind gestorben. Weißt du, der, Juba weißt noch, der Ghost, der hat meine Kinder getötet. Ach, das warst du. Ja. Weil ich habe das selten wieder da aufgespielt und der Raffi muss ich natürlich genau vor die Kinder stellen und dann geht er weg und dann natürlich. Was? Nein, das warst du. Du hast ihn genau dahingestellt, bist du eigentlich per Hinnert. Ja, aber du hast nicht weg, du warst ja genau vor den Kindern. Dann. Ja. Wartet mal. Wartet mal. Was ist gebildet und hängt am Baum? Ein Stück Scheiß. Aha. Ein Gymnasia-Ast. Aha. Ich hab verkannt. Ast. Aha, ja. Gymnasia-Ast. 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 Es gibt so, ich hab die Porte versaut. Gymnasia-Ast. Was haben Ehek-Patienten und ein Möbelhaus gemeinsam? Sie haben beide Möbel in sich. Den roten Stuhl. Oh, ich wusste, dass es auf irgend so was hinausläuft. Was? Oh mein Gott. Ich versteh auf mich. Das ist aber nicht so schlecht. Du bist wie Ehek. Ach ja, ach ja, ach ja. Ach ja, der war nicht schlecht. So wie deine Mutter oder was? Alter, halt's Maul, deine Mutter vergewaltigt, die Enten im Park. Ja, entschuldige, hab ich auch nix für. Deine Mutter ist so arm, dass die Enten sie mit Rot bewerfen. Arme Mensch. Deine Mutter ist so schlecht, wenn sie in den Berg auflauft. Glaubt man, man ist sie, man sieht das so. Deine Mutter ist wie Gusti. Alter, renn her. Deine Mutter kann nicht mal den Berg hochlaufen. Und wenn sie es mit einem gelben T-Shirt tun, denken alle, die Sonne geht auf. Ja, schon doch, ja. Was macht ein Beamter, wenn er in der Nase bohrt? Er holt alles aus sich heraus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hör auf. Ich weiß nicht. Ich stell dich auf mute. Auf mute. Ja, wär auch nicht schlecht. So, ich, ähm, ich, ähm, ja, ja, ich, ähm. Ach ja, ich weiß, was ich jetzt mach. Ich weiß nicht, was ich jetzt mach. Aber ich beende jetzt, warte, 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 warte. Soll ich die Folge beenden? Ja, ich beende jetzt die Folge. Bis zur nächsten Folge. Da wieder mehr Flachwitze. Das wurde ja gefordert. Sicherlich. Bestimmt. Irgendwann. In den Kommentaren. Ja, ein Huhn. Huh. Ein Huhn? Ich kaufe es, äh, Tiko. Okay, cool. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Aber ich bin noch dran. Tschüss eingel клиk restriction. Tschüss. T zen. ечно. Pfing degeism drei. T zen.